Close your eyes. Ein Plan, muss er gehen. Film ist raus, Kinas. Okay, hi. Salutation Client A4D32. Ach, das ist hell. Ich mach's mal ein bisschen dunkler, wäre für mich. Jetzt brauch ich nicht mehr so hell, deswegen... Passt dann. Auch viel besser. Okay. You probably feel very stiff and tired right now. This is completely normal. It'll only be a few months before you feel back to your normal. Until then, let's run through standard procedure to get ready for your planned release on July 4th, 2057. Wow. View. Tap screen to continue. Oh, ich bin mir undrehen. Oh, fancy. Äh. Name? Cecily? Cecily? Warte kurz. Ich mach kurz die Tür wieder zu. Jetzt. Alle haben so richtig coole 5D-Räume, wo du angeschnallt wirst und dann im Spiel lebst und du hängst am PC. Ich spiel jetzt, close your eyes. Auf meinem Kanuk. Mac 3812.2. Cecily Newman. Sex? N.A. North America. What's your sex? North American. Age for hours. Wait. Das ist etwas. High 5.6. Husk status. Insufficient dead. Okay, nicht nur andere Angaben. Blood type N.A. Das ist nicht hilfreich. Oh. Achso. Do you feel any eye pain? Swelling edge. Blink for me three times. Sex N.A. Fühle ich ja. Eins. Zwei. Drei. How are your legs feeling? You need. I need you to crush for me. Okay. Und Control? Ach das. Oh. Oh. Warum machen wir es auf Control? Nicht auf Shift? Ah. Oh. Das gefällt mir gar nicht. That covers it. Now wait here until a View-Employee comes to give you further instructions. Kann ich hinsetzen? Oh Gott. Dieses Blinken ist schrecklich. Vielleicht den. Kann ich nicht. Ah. Ich will es ändern. Ich hasse es. Kann ich was noch machen? Kann ich nicht laufen? Ey. Dieses Crouch ist eklig. Habt ihr jemals Crouch auf Control? Control gehabt. Ich find das ganz schrecklich. Ist gar nicht meins. Hallo? Oh. Hallo? Ich hab. Ich nutze. Wenn ich crouch, mein mein meinst Shift. Für mich ist Schauf. Ist, äh. Shift meinst Crouch. Es sei denn, ich hab Sprinten. Wenn ich Sprinten hab, dann geht Crouch auf. Äh. Das andere war. Genau. Wenn ich Rennen habe. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Mach die Augen zu, dann siehst du's nicht. Wenn's nicht da ist, dann gibt's das nicht. Ich war's nicht. Oh Gott. Wo bin ich hier? Hi. Hold still. Das ist terrifying. Das war ja komplett und utterly terrifying. Was war das denn? Halleluja. Hi. Okay. Wir sind hier. Oh. 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 Oh, das ist ja interessant. Wie f... Fände ich den Weg dahin? Oh. Okay. Ah. Oh, hier bin ich jetzt. Oh. Oh, hier bin ich. Okay. Das... Das hab ich jetzt noch nicht gesehen. Okay, bin ich jetzt da lang. Das Spiel ist weird. Ah. Kreativ. Voll die kreative Idee. Echt, der ist voll kreativ, die Idee. Was ist da? Noch was? Ne. Die Idee ist super kreativ. Oh. Okay, das Loading ist ein bisschen komisch, aber passt. Hallo. Oh. Die sind hoch oder runter? Oh, ich hasse solche Häuser. Bin ich der Einzige, der solche Häuser hasst? Die einfach nur diese... Diesen Gang in der Mitte haben? Was? Was? Was passiert hier? Oh. View Laboratories. Ich muss den runterfallen lassen, I guess. Weil ich finde, das ist so typisch Horrorfilm, dass wenn du runterguckst, dass du irgendwie was hochkrabbeln siehst, du irgendwas hochklettern siehst. Irgendwas in der Art. Oh. Okay, ich kann da hoch. Ah. Okay. Ich denke, man muss einen Seeg oder sowas finden. Die Frage ist, finde ich das oben oder finde ich das oben? Oh. Oh. Die Tür war genau auf. Okay, ich gebe gar nicht jetzt auf. Ich habe einen Zahlencode. Toll. Steht hier? Okay. Goldleaf Hospital. Changing livers. One, three. Oh. Okay. Eins. Drei. Drei. Vier. Ich bin clever. Wart. Was ist denn hier? Oh. Hier haben wir gar nichts. Alles klar. Das ist interessant. Ach, tschüssi auf. Cool. Das ist ein sehr komisches Konzept, aber meinetwegen. Klar, wieso nicht? Wenn es so funktioniert. Hey. Who am I to judge? Okay. Ich warte noch auf die Spooky-Sachen. Ich weiß, wenn auftauchen. Attention all of you, personal. Husks can kill. If you are attacked by a husk, cover your eyes and carefully walk to the nearest exit. Oh. Das ist ein husk. Oh. Okay. Bis jetzt? Kann ich ja auch aufmachen. Okay. Warum sind jetzt alles rum? Oh boy, das ist ein husk. Heal. Er sieht sehr lustig aus. Okay. Aha. Alles klar. Jetzt weiß ich, wie das aussieht. Sehr schön. Ich gehe raus. Ich komme hier raus. Das ist der Ausgang. Hä? War ich nicht einmal in der Tür? Oder bin ich bescheuert? Oder bin ich bescheuert? Oh, okay. Gut, ich habe sie gefunden. Alles gut, ich habe sie. Okay. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt diese Husk sehe, muss ich die Augen anscheinend zumachen? Anscheinend. Ich erkenne sie an diesen Augen. Woran erkenne ich? Ich hasse es. Haben die alle so ein breites Grinsen? Oder ist das an sie eigentlich gewesen? Wie ihn? Ja, gut. Das hat mir immer noch nicht geholfen, wie ich da drankomme. Okay. Gleich wäre es doch schlauert, das Spiel. Den Menschen herzumachen. Nein, nein. Damit ich besser was sehen kann. Sonst ist hier gar nichts mehr hier. Ich muss... Ich muss das oben abmachen. Okay. Die Frage ist, wie mache ich das ab? Brauche ich was in der Säge für. So was. Eine Säge. Ein Kneifer. Vielleicht so ein Kettenkneifer. Ich weiß nicht. Das Konzept von Blinzeln im Horrorspiel macht mich verrückt. Ich weiß nicht warum. Aber das Konzept von Blinzeln ist schrecklich. Eine Switch! Wie angenehm. Hier wohnt jemand. Das Konzept von... Okay. Okay. Das ist eine sehr gute Tür. Die Tür macht ihren Job, wie ich sehe. So haben wir ihn so. Packen zu machen. Okay. Wenn du das war. Die Tür hat da aufgemacht mit. Eep. Immerhin ist das kein Zeitding, wo ich irgendwie alle fünf Sekunden blinzel. Das wäre ja... Oh. Okay. Nice. Oh. Okay. Nice. Ich hab's. Leute, ich hab's. Alles gut. Ich hab die Sachen. Ich kann das Auge losschneiden. Juhu. Tschüss Auge. War schön mit dir. Ist der Sound gut so, oder ist der Sound zu laut? Das kommt mir grad ziemlich laut vor. Okay. Okay. Da hab ich jetzt grade kaputt gemacht. Oh Gott. Das wird nebelig oben. Was ist da? Was immer sich, sitze fest. Oh. Oh. Kann das Wasser rein? Nö. Okay. Ein kleines bisschen laut aus kriegen wir. Das kriegen wir. Viel besser. Sehr viel besser. Warte mal zu laut. Warte kurz. Wenn nicht da. Mach ich dir leiser. Oder auch nicht. Besser? So, oder? So soll's eigentlich gehen, glaub ich. Ich glaub, so ist besser. Ja, doch. Viel besser, würd ich sagen. Oh. Toll. Ach gut, ich kann mich da anziehen, ob ich richtig laufe. Sehr gut. Ähm. Hallo. Ah, okay. Hier hört's denn auf, oder was? Ah, okay. Hier hört's auf, oder so? Oh. 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 Don't look. Look up. Ah, okay Okay Auch schön Look up Was ist das hier? Okay Okay Ist das Spiel weird Das Spiel ist auf einem Verwirrung gerade Das ist eine Karte, ich hab's vergessen Oh nein Oh nee Oh no's Oh no's Oh no's Oh nein Oh, das Spiel macht den jetzt überdrückend Das ist schrecklich Das Spiel ist schrecklich Oh Gott Oh mein Gott Jesus Christ Alter Was ist denn der Schwachsinn hier? Was ist denn den Makaberen Scherz erlaubt? Halleluja Yo Wenn's sonst nix ist Jetzt? Okay, geht gleich jetzt Okay Ach, sehr gut Oh, den 10 wäre echt gemein Oh Das ist so simpel Oh Gott Hi Du bist doch schon So ein kleines Irgiges Monster, ne Ist doch richtig widerlich Okay Tschüss Ich mag das Spiel Das Spiel ist toll Das Spiel ist super Ich mag das Spiel gerne Okay Ja und ich bevor ich reingehe Oh Da ist einer Ja, bestimmt Äh, nee Kumpel Danke Muss ich sein Wir sind so Ist ja so ein Viech Ich glaube Ja, mein Pony aktuell ist Ich hab das Gefühl Ich hab das jetzt aktiviert Dann geht das Ding auf Ja, ich wusste es Ich habe Angst Achso Okay Oh Uh-huh 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 Bin ich hier Okay Hi Was passiert hier? Will ich hier aufmachen? Nö Bin ich der Einzige Der ein bisschen Verwirrt ist gerade Und mit ein bisschen Mein ich komplett Oh Das sieht wie denn das 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3 Okay Geht noch hier Okay, gut Trau ich sie lange noch Wird so machen Oh Wow Ist das schön hier Und hübsch Wow Richtig hübsch hier Oh Komm mal da oben Oh mein Gott Ich liebe es Ist das hübsch Ich liebe es jetzt schon Voll pretty Okay Okay What is Cognitive Transference Vitally Vitality Saved in the Entities Yielded Ascent Storage Eyes Entities Yielded Ascent Storage Identity Storage In the Eyes Is installed On the Host Entities Husk Ascent To Sector A 23 To Testing And Mutilation Okay Also anscheinend Okay wartet Ich versuche ein bisschen Kontext zu kriegen Anscheinend ist das eine Firma Oder ein Ein Labor Das Augen Als mechanischer Speicher benutzt Und Dadurch Trans Transplantierbar Transplantierbar macht Das heißt Du kannst Sachen Aufnehmen Mit dem Auge Dass sie mal Anderen Schenken Oder Geben Und die Person hat Dann automatisch Die Erinnerung Davon Zumindest Ist das Was ich Jetzt auch Ich verstehe Und ich denke Mal Die Husks Da unten Sind vielleicht Leute Sind dann die Leute Die Die Augen Verloren Haben Dadurch Keine Erinnerung Mehr an Sich Haben Und Auch Keine Kontrolle Mehr Haben Und Die Augen Werden Dann An Roboter Wende Geben Das ist Weird Oh wow Hi Das ist Pretty Greengate Bluegate Redgate Wie die Farbe Im Auge You Redacted Vitality Identity Extraction For WWV View Oh hi Ach da ist Einer Von Den Oh Er Komm Hier An Okay One Days Hours Minutes Seconds Der Aktiviert Wird Vielleicht Einmal Licht Ausmachen Zum trinken Einmal Augen Zu Und Trinken Bitte Ich kann Nicht trinken Wenn ich Augen Haube Das geht Aber Nicht Deswegen Ich muss Kurz Augen Zum Machen Okay Jetzt kann ich Augen Aufmachen Und Was sehen Okay Was haben wir noch so hier Haben wir so ein Drehding Der Typ macht mir jetzt Sorgen da unten Ne Achso Bluegate Is open Du machst mir Sorgen Mein Freund Du machst mir große Sorgen Hm 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 Was ist irgendwas dabei wenn ich die Augen zumache Was ihr denken was Okay Ist keine Sachen die mir helfen könnten Oh nein Irgendwas hat mich wieder gefangen Um hier Ach Muss ich was Okay Wartet Ich glaube ich muss das zählen Ach Okay Stühle Fässer Schränke 1 2 3 4 4 3 2 4 3 2 Oh Ne falsch 3 2 Okay Ey Redgate Oh hey Cool Oh Und lass mich Oh Oh Da Wurde Jemand Umgestoßen Anscheinend Das Dein Auge ist weg Das tut mir leid Das tut mir echt leid Für dich Echt jetzt Tut mir wirklich leid Warum ist die Tür nicht centert Oh ich hasse es Oh wow Was ist die Tür Schoben Okay Was Behind 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 Ex Behind Ex Behind Ex Ex Was heißt Behind Ex In dem Bild dort Okay. Behind X. Hinter X. Okay, was ist X, ist die Frage. Und da ist ein X. War die Lampe die ganze Zeit schon da? Behind X. Da ist ein X. Behind X. Ach! Aha! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hi. Oh Gott. Okay. 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 Wenn ich irgendwo gegenstoße, weiß er, wo ich bin. Das heißt, ich muss mir Sachen einprägen und nirgendwo gegenstoßen dabei. Jetzt muss ich hier lang? Kann ich nicht. Jetzt muss ich hier rum. Der Entmesser. Huhu. Ich mag das Spiel. Das Spiel ist toll. Okay, jetzt muss ich rein. Okay. Oh boy. Das Spiel ist super gut. Also ganz ernsthaft, Leute, finde ich super das Spiel. Kein Scherz jetzt. View the world as a better place. No input signal. Do you really think that trick could work on me? For first. Okay. Ah! Natürlich! Meine Lieblingswelt! Armland! Mein Freizeitpark! Ich liebe ihn. Das ist so creepy. Wo bin ich hier? Oh! Danke! Sehr freundlich. Das war jetzt nicht notwendig. Aber ich nehme es. Ist das ein Mensch da hinten? Oh. Oh. Ich denke mal, ich darf mich von dem nicht erwischen lassen. Okay, darf ich nicht. Okay. Ach! Ich habe da nicht drauf geachtet, dass da rote Hände waren. Oh. Ganz auf jetzt. Schon wieder? Sehr gut. Genau. Hä? Mache ich irgendwas falsch? Ach! Da sind noch Geheimhände. Deswegen. Okay. Das ist natürlich clever. Und dir, mein Freund. Oh. Das ist sneaky. Wo muss ich jetzt lang? Ach, ich muss lang. Okay. Das macht Sinn. Okay. Und das ist... Gute Frage. Oh. Ja, ich weiß ja nicht. Ne? Will ich gegessen werden? Ja, will ich. Komm in meinen Mund. Yum, 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 yum. Oh. Oh mein Gott. Komm hinter meinen Hund. Komm auf meine Finger. Auslaufen. Oh. Ah. Das sind tausend Türen. Einer von... Okay. Wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort? Warum bin ich hier? Verstehe das nicht. Warum bin ich hier? Ich verstehe es nicht. Warum ist das so creepy? Oh. Oh, warte, Mann. Oh, warte, Mann. Muss ich das Feuer vielleicht nehmen? Every time you close your eyes, I send this message to help you. I have guided you this far, yet you run from me. Do you think I'm trying to trick you? Was ist hier? Und bleibt. Oh Gott. Äh, vergesse. Oh. Oh Gott. Hi. Halleluja. Muss ich nicht reingehen? Ja, muss ich. Was ist das, was ich für ein Ort? Wartet. Oh. Ähm. Cool. Da ist ein Typ, der schwebt. Oh. Muss ich drehen? Warum muss ich denn drehen? Wofür? Ach, warte. Ach. So. Oh. 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 Give me back, MotherEye. Was ist? Was ist? Ich bin verwirrt. Dieses ganze Spiel verwirrt mich. Das ist ein Fiebertraum. Nix anderes. Das ist ein gigantischer Fiebertraum. Aber komplett. Hallo. Oh Gott. Da ist einer. Weißt du, da bist. Oh Gott. Okay. Jetzt suche nur einer von denen. Ich mehrere. Wenn das mehrere wären, wäre ich schon ein bisschen mit Pahl. Oh. Okay, warte. Das wäre so schlecht. Gar nicht so schwer. Das kann ich mir merken. Jetzt wird es schwieriger. Okay. Fast geschafft. Gib Eyeboats, please. No, 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 no. No Eyeboats. No Eyeboats for you. No, 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 no. Was ist das hier? Warum bin ich jetzt hier? Alter, nix macht mehr Sinn zum Spiel. Nix macht mehr Sinn. Alles ist eine Lüge und alles ist ein Ver... Was? Ach da. Nix in dem Spiel macht mehr Sinn. Das ist noch nicht euer Ernst. Wo muss ich jetzt lang? Ach da. Hallo Krabbelmann. Wie geht's dir? Kann man dir helfen? Ne? Okay. Ich hab's versucht. Okay. Theorie. Ich hab das Gefühl, dass diese Frau oder die Person im Kleid vielleicht so ein bisschen ein Botschafter ist, die versucht zu zeigen, dass die Husks auch nur verletzte und verwirrte Wesen sind, die dafür geschändet werden und ausgenutzt werden, dass sie ihre Augen verloren haben und alles. Das ist bisher mein Gefühl. Und ich denke mal, mein Charakter hat Augen bekommen von denen und ist deswegen auch ein Teil des Problems. Und die wollen, dass die Kreaturen, dass die wollen halt, dass die ganzen Roboter vernichtet werden, weil sie sich mit den Augen von ihnen das Leben schön machen. Sagt er komplett sicher in dem, was er da hackt. Da steckt eine Frau. Warte, was? Okay. Da steckt eine Frau. But that's just a idea. Hallo? Hallo? Fuck, das Kleid. Oh Gott, hi. Ich hab nicht geguckt. Alles gut, ich hab nicht geguckt. Ich hab nur, ich hab nur... Oh, schönes Wetter. Tschüss. Oh, du hast mich gefangen. Nein, mein Baby. Okay, warte. Nichts sehen gleich X. Okay, die, die durch Nichts sehen wegmachen, die müssen weg. Das heißt, du musst weg. Du musst weg. Du musst weg. Und... Der muss weg. Ey, we did it. Okay. Okay, von denen müssen die hier nicht sichtbar sein. Ey, die Puzzles sind ziemlich cool. Die Puzzles gefällt mir sehr gut. Wenn ich von hier gucke, müssen die drei nicht sichtbar sein. Also... Klick, klick, klick. Ja gut. Noch was? Was ich nicht getan habe? Vielleicht? Warte. Habe ich's falsch gemacht? Warum bist du... Achso, du bist dadurch nicht sicher. Das macht Sinn. Ja, und damit ist... Okay, warte. Warum sind jetzt die... Oh! Oh! Okay, was? 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 Okay, muss das jetzt noch was ergeben hier? Gibt das jetzt eigentlich ein Symbol für mich? Weil, okay, wir haben... Die vier ergeben das. Das ist richtig. Hier, die vier ergeben das. Das ist korrekt. So, dann haben wir hier... Die drei, die das ergeben. Das heißt, wir haben das hier. Oder habe ich das falsch gelesen? Vielleicht muss ich das anders machen? Weil hier war's gleich. Hier war's ja... Du guckst drauf. Ach, warte. Ach. Okay, ich muss andersrum machen. So. Und bei denen muss ich... Alle außer die drei anscheinend sicher machen. So. So ist richtig. So ist richtig. Ist jetzt korrekt oder nicht? Die drei müssen sichtbar bleiben. Da müssen's... Die drei bleiben. Aber... Ja... Bleiben wir gleich, ne? Das ist mein Problem. Bleiben wir gleich. Was ist mit hier hinten? Warte mal. Warte. Warte. Wenn ich hier stehe und ich gucke... Wenn ich das nicht sehe, ist es falsch. Das heißt, ich darf das eben nicht sehen. Das heißt, ich darf alle anderen sehen. Außer die. Jetzt muss ich das hier sehen. So. Jetzt muss ich... Das hier sehen. Ah! Hint. Hint? Wie hint? Danke. Halt. Das hab ich doch. Hint. 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 Okay, warte. Wenn ich hier stehe, ist das zu sehen falsch. Warte. Weil wenn ich hier stehe, muss ich das sehen. Das ist richtig. Das heißt, wenn ich hier stehe, darf ich das nicht sehen. Dann hab ich das ja schon richtig so, oder nicht? Wenn ich hier stehe, darf ich das nicht sehen. Das heißt, ich muss die anderen Sachen alle sehen. Ach, fahne andersrum. So. Ne, falsch. Jetzt liegt die ja. Das will ich eben nicht. Ich will sie eben nicht sehen. Also muss ich die wieder ausmachen. Und dafür die anmachen. So. Richtig? Und was ist denn mit denen da hinten dann? Weil hier gibt's keine Hilfe für. Ich mach mal alles aus. Ich mach mal kurz alles leer. So. Jetzt hab ich gleich einen ganzen Würfel. Der war nur da jetzt. So. Jetzt hab ich einen Würfel. Okay. Das zu sehen ist falsch. Und der Hin sagt mir, ich soll das machen. Warum muss ich das machen? Okay, warte. Ich mach das mal. Klick. 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 Ach so, warte. Falsch. Komplett falsch gemacht. Die muss ich licht sehen. Das weiß ich gerade so. So. Licht ausmachen. Licht ausmachen. Anmachen. Nee, falsch. Ausmachen. Nee, warte. Anmachen. Das war's. Und euch muss ich ausmachen. So. Anmachen. Ausmachen. 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 Hä? Warum ist das so richtig? Ich hab den Text falsch verstanden. Ich dachte, ich muss das eben nicht sehen. Das sagte nur, dass du es aktuell nicht siehst. Deswegen geht das nicht. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ich bin ein Roboter. View is a hoke. Van City. Public transmission is murder. City does not preserve life. It steals. Ich wusste es. Ich wusste es. Es geht ihnen darum, dass dadurch, dass die ihre Sicht verloren haben, dass das gar nicht mehr ihr Leben ist. Darum geht es denen. Was natürlich super fair ist. Verstehe ich. Und deswegen sind die komplett dagegen, dass das stattfindet. Ich wusste es. Ich wusste es. Nud. Oh hey. Versacred. Nice. Okay. Days. Oh. Noch eine Stunde. Noch zwei. Warte. Noch zwei Stunden. Wofür? Was? Wofür? Ach, das ist der Raum, wo ich die Dinger gezählt habe. Nicht wahr? Nee, ist es nicht. Das war nur ein Raum. Okay. Okay. Ich muss hier irgendwas zählen. Die Frage ist, was? Gleiche Objekte im Raum? Hier sind es fünf. Da waren es zwei. Und da hinten sind es... Eins, zwei, drei, vier. Okay. Vier, zwei, fünf. Klingt das richtig? Yes. Oh, toll. Loch. Wo ich runtersteigen darf. Oder fallen darf. Nein, 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 nein. Ich will nicht fallen. Ich will nicht fallen. Ich bin äußerst stabil. Ich bin sehr stabil. Okay. Oh, nein. Ich habe eine Taschenlampe. Ich habe mir jetzt eine Taschenlampe. Das ist noch besser. Das ist noch zehnmal besser. Und wieso habe ich eine Taschenlampe jetzt genau? Ich habe diese... Diese Teile verwirren mich aber. Okay. Hä? Wo fühlen wir mich hin? Bin ich in den Backrooms? Oder wo bin ich gelandet? Was sind das? Oh! Hi. Komm mal bitte her. Danke. Oh Gott. Ich muss gucken, wo ich hinlaufen kann. Du musst mich folgen. Das ist immer nicht. Da kann ich hinlaufen. Ich will eigentlich noch mehr davon. Okay, das ist auch. Ich muss gerade kurz checken, wo er ist. Weil ich sonst nicht dödlinge würde hier. Oder welchen Weg suche ich genau gerade? Oh Gott. Er ist näher, als ich dachte. Ah. Da muss ich rein. Okay. 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 Wenn du das hast. Wenn du das hast. Achso. Habe ich das gemacht? Warte. Achso. Oh Gott. Es ist dunkel hier drinnen. Oh Gott. Ich habe hier... Okay. War falsch. Ich war nur falsch gedreht. Alles gut. Ich habe hier drinnen. View Laboratories. World War 5. Es ist nicht der Ende. Es ist nur der Anfang. Okay. World War 5. Oh. Your eyes were stoned. Wake up. Stop running for me. Sleep. Wake up. Sleep. 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 Das ist es. Das ist es. Ich muss hier rauskommen. Oh. Wie cool. Oh. Warte. Okay. Ich bin verwirrt davon gerade. Was jagt mich die ganze Zeit dort? Was jagt mich da? Okay. Okay. Ich bleibe hier drinnen. Weil dann bin ich ihm sicher. Erstmal. Von dem Viech. Oh Gott. Das ist noch ein Ding. Okay. Ich muss darauf aufpassen. Wie viele davon sind. Wahrscheinlich sind wir von vieler hier. Wir haben es noch kommen lassen. So. Da kommt sie her. Okay. Okay. Jetzt sind sie weg. Okay. Ich muss eigentlich ziemlich lange in diesem Ding bleiben. Damit ich weiß, wann der nächste kommt. Okay. 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 Oh. Ich habe gewonnen. Oder verloren. Oder. Situation Client A4D32 That covers it Now wait here until a View-Employee comes To give you further instructions Was? Schon wieder Schon wieder Schon wieder Oh, darf ich mal durchgehen Ah Uh Close your eyes Oh mein Gott Oh Oh Gott Exit oder das Ich geh zu ihr Ich geh zu dir Wer bist du? Das ist ein riesenloses Auge Ich will dir helfen, mein Freund Ich will dir helfen Okay Oh, ich hätte doch zu Exel laufen können Mann, ich will zum Exel jetzt gerade hingehen Ah, es gibt ein zweites Ending Nein, das kannst du mir nicht antun Das kannst du nicht machen Ich brauch das zweite Ending auch wissen Nein Die Recollection Ending You opened your eyes Ah, hey, cool You opened your eyes Kann ich Continue machen? Ah, komm ich nicht raus Okay, ich kann das Andere Ending machen Das freut mich, das ist nett Gut, das ist gut zu wissen Okay, in dem hab ich anscheinend Okay, warte Diese Diese Puppe Dieser Roboter Welche Bedeutung hat der? Hab ich mein Hab ich mein Auge Dem Roboter gegeben? Und der hat dann für mich So gesagt Weiter existiert? Oh Ich bin zurückgelaufen Was heißt das? Was? 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 Das Spiel Das hat einfach mal Spiegel crashed The Frick Frick Okay Ich hab jetzt nicht mehr die Rechner Aber okay, ich nehm's Das hat einfach mal Spiegel crashed Das war so Du hast dich schlecht entschieden Zurück zum Desk Ich hab gehst du Sofort Keine Widerrede Okay Lektion gelernt So, umdrehen Umdrehen Da reinlaufen Noch nicht I'm not dann jetzt So Nicht Okay Okay, es gibt noch Exit Okay, es gibt die Roboter-Version Die Exit-Version Ich geh mal zur Exit Da stehen diese Kreaturen dabei Wenn ich mir die Augen zu hinlaufe Dann sollte es auch okay sein Oder? Da gehen die auf mich? Auf in die Freiheit! Oder auch nicht Close your eyes Welches Ending ist das? Das Destruction Ending Oder sowas? Oder welches ist das? The Husk Ending The Husk opened their eyes Okay Okay Ich denke mal, das sind die beiden Endings, die ich erreichen kann Das Erste Ending Das zweite Ending Ah Okay Also ich geh davon aus, dass das alle sind Das ist kein drittes Ending Ich hab den Weg nach hinten genommen Ich hab den Weg Warte, klar Es gibt noch ein Ending Und zwar Was passiert Wenn der Countdown Ausläuft? Was passiert dann? Was passiert, wenn ich den Countdown einfach laufen lasse? Bis zum Ende Und mich nicht entscheide Was passiert dann? Das ist natürlich das Spannendste von allen Warum ist die in der Öffnung? Aber ich bin jetzt ein Ich bin jetzt ein von denen, oder? Ich bin jetzt ein Husk Sehe ich das richtig? Müsst ihr ja Ja, ich glaube ich bin ein Husk Okay Wir stellen uns hin und warten, bis die Zeit abläuft Und bis dahin Trinausschluck Auf den Untergang der Welt Prost Es geht nichts über einen letzten Drink Bevor die Wellen untergehen Ne Finde ich hoch Finde ich hoch Ist das das Symbol der Ist das das Symbol der Revolution? Das sind die Bösen Und das ist die Revolution So gesehen Der Husks Okay, mal gucken Das war's Und Null Wenn du jetzt mal mit CWR springst Dann weine ich Close your eyes Da kommen The best ending Everyone close their eyes Everyone close their eyes Manchmal ist das Ganze Das komplette Ausgott Die beste Philosoph In dem Fall schon Weil Wenn du den Leuten hilfst Die das Labor haben Dann machen sie weiter mit ihren Arbeiten Wenn du den Husks hilfst Werden sie blind über die Welt herfallen Und jedem Roboter Und jedem anderen Menschen Die Augen stehlen Was auch nicht sinnvoll ist Von daher Vielleicht das beste ending Für uns alle Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.